Jo Leute, was geht? Willkommen hier zu einem neuen Cryptocurrency Video, hier heute auch von dem Kanal. Und ja Leute, schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt, denn heute gibt es ein paar sehr, sehr wichtige Dinge, die wir besprechen müssen. Vor allen Dingen jetzt nach dem Absturz heute Morgen oder über die Nacht jetzt bei Bitcoin. Ist nicht so schlimm, wie es aussieht, solange wir jetzt den 5000 Dollar Support halten. Dazu kommen wir aber gleich zu sprechen. Ansonsten machen wir natürlich wie in jedem Video auch ein 50 Dollar Bitcoin Giveaway. Falls ihr bei diesem Video teilnehmen wollt, dann lasst einfach mal ein Abo da, aktiviert mal die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button und schreibt mal einen Kommentar mit eurer Meinung zu diesem Video und eurer Bitcoin-Adresse in die Kommentare. Ja Leute, ich würde sagen, wir gehen direkt mal her, schauen doch mal, wie viele Kommentare wir unter dem letzten Video haben. Waren, glaube ich, eine ganze Menge, sind 399 nicht schlecht. Ihr seid wirklich richtig aktiv in letzter Zeit wieder am Start. Freut mich auf jeden Fall und mich würde es natürlich freuen, wenn ihr dieses Video auch mal mit euren Freunden teilen würdet, weil die haben vielleicht jetzt heute Morgen auch einen kleinen Schrecken bekommen. Sehr informativ, danke, es bleibt spannend. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht, vor allem jetzt mit der heutigen oder die Kursentwicklung, die wir jetzt heute Morgen über die Nacht zumindest gesehen haben, wird es auf jeden Fall nochmal deutlich spannender sogar. Wie gesagt, sobald ich zurück aus London bin, werde ich dir deine 50 Dollar zu dieser Adresse zusenden. Das heißt, Glückwunsch auf jeden Fall an dich. Ich hoffe, wie immer, du machst was draus. Ja, Leute, wir haben einen Bitcoin Price Drop gehabt. Es hatte keinen wirklichen Grund irgendwie. Es war nicht News beeinflusst oder irgendwie sowas. Ich habe ja tatsächlich gestern gesagt, dass es höchstwahrscheinlich so sein wird, dass wir nach oben aus diesem Ascending Triangle ausbrechen. Genau das ist auch passiert. Wir sind nach oben hin ausgebrochen. Haben sogar hier die Resistance Zone von 5500 und 5450 angetestet. Wie ihr auch sehen könnt, hier oben waren wir kurzzeitig leider, leider war das Momentum nicht stark genug, dass wir hier diese 5500 Dollar Resistenz durchbrechen konnten. War aber auch eigentlich klar, diese Resistenz war eine ganze Zeit lang sehr, sehr starker Support. Das heißt, ist jetzt natürlich eine umso stärkere Resistenz, vor allen Dingen nachdem wir es jetzt nicht geschafft haben, sie zu durchbrechen. Wir sind dann auch direkt wieder nach unten gegangen. Eigentlich haben, glaube ich, die meisten gehofft, dass wir dann hier diese Linie vom Ascending Triangle halten. Das ist aber nicht passiert. Wir sind tatsächlich wieder ins Ascending Triangle eingebrochen, haben dann nochmal versucht, irgendwie rauszukommen. Da hat das Momentum aber nicht gereicht, sind dann gescheitert. Und was dann natürlich passiert ist, wir sind nach unten durchaus gebrochen. Selbst die 5200 Dollar haben dann leider nicht mehr gehalten, sondern wir machen jetzt momentan erst Wiederhalt bei den 5000 Dollar. Momentan sieht es danach aus, als würden die halten. Am besten haben wir jetzt hier natürlich ungefähr zwei grüne Candles auf dem One-Hour-Chart. Dann würde ich sogar sagen, dass wir einen Bounce erwarten können. Das heißt, dann würden wir uns wieder auf die 5200 Dollar zubewegen. Und wovon viele momentan ausgehen, dass wir jetzt eine Weile ein Sideways-Movement haben werden zwischen den 5000 und den 5200 Dollar, wie wir das auch schon hier ein wenig davor gehabt haben, bloß auf einen längeren Zeitraum. So, kommen wir jetzt ansonsten mal zu ein paar News. Heute ist es tatsächlich kein so krasser Newstag. Wir haben halt jetzt, wie gesagt, hier diesen Price-Drop gehabt. Deshalb wollte ich unbedingt ein Video machen, um euch ganz kurz zu erklären, was wir jetzt als nächstes erwarten können. Und ansonsten wollte ich natürlich auch noch auf den ein oder anderen wichtigen Punkt, zumindest wenn es generell um den Kryptomarkt geht, eingehen. Und zwar eine, ich meine, criticize. Das heißt, es geht hier ein bisschen so darum, dass in der Industrie, also generell im Kryptospace momentan sehr die Initial Exchange Offerings, das heißt die IEOs kritisiert werden, vor allen Dingen als Alternative zu ICOs. Und da muss ich wirklich eigentlich zustimmen, IEOs sind momentan meiner Meinung nach viel zu overhyped. IEOs, ich meine, wir haben es jetzt auf Binance gesehen, da das Launchpad von Binance habt ihr wahrscheinlich jetzt schon in einem oder anderen IEO mitbekommen. Die gehen meistens ziemlich krass ab. Die raisern in wenigen Minuten zum Teil mehrere Millionen wirklich für ihr Projekt, was natürlich im ersten Moment für das Projekt gut ist. Aber da sind wir halt irgendwie bei den Projekten wirklich reguliert sind sie nicht. Im Endeffekt ist es nur ein ICO, der es halt geschafft hat, auf einem Launchpad bei einem großen Exchange gelistet zu werden, was im Endeffekt meistens nur mit sehr hohen Fees verbunden ist oder dass eben der IEO eben ein Großteil des geraiseten Geldes an den Exchange abdrücken muss. Das heißt, einen großen Unterschied zwischen einem IEO und einem ICO haben wir gar nicht. Und da sind wir halt wieder bei dem Thema, dass jeder Exchange, weil da eben so viel Geld drin steckt, beschäftigt sich gerade mit dem Thema IEOs. Huobi will jetzt ihr Launchpad und so weiter und so fort, alle anderen großen Exchanges auch. Und das Problem ist, dass das hier ähnlich werden kann wie ICOs. Ich glaube, dass bei IEOs sehr, sehr viele Projekte dabei sein werden, die, ich sage es euch ganz ehrlich, die kompletter Nonsens sind. Genauso wie es bei den ICOs auch schon war. Und ich glaube, dass da sehr, sehr viele Leute langfristig sehr, sehr viel Geld verlieren werden bei diesen IEOs. Das ist eben genauso wie bei den ICOs. Es ist im Endeffekt, im Endeffekt sind IEOs nichts als ICOs ein bisschen schöner verpackt und eben mit dem Vorteil, dass sie dann auf einem großen Exchange gelistet werden. Und da machen sich dann halt jetzt am Anfang, am Anfang machen diese IEOs wie die ersten ICOs auch vielleicht sogar ganz gute Gains, weil alle sind IEOs, fetter Hype. Wenn die dann auf der Börse gelistet sind, dann kaufen die Leute nochmal rein, weil sie es nicht geschafft haben, im IEO mitzumachen. Aber früher oder später werden IEOs genauso enden wie ICOs und es wird sogar schneller gehen als bei ICOs, weil wir jetzt gerade nicht in einem Bullenmarkt sind. Und naja, weil das jetzt keine so krasse Neuheit an sich ist. Das heißt, ich würde sehr, sehr aufpassen mit diesen IEOs. Wir werden immer mehr IEOs sehen, die, glaube ich, jetzt in den nächsten Monaten stark fallen werden, die sehr, sehr stark scheitern werden. Das heißt, ich kann euch eigentlich nur empfehlen, wie gesagt, wenn ihr bei einem IEO mitmachen wollt, dann schaut euch das Projekt richtig, richtig gut an, weil bis jetzt bekomme ich nur mit, dass Leute bei IEOs mitmachen, einfach weil sie denken, so, ich kann da jetzt schnell Gains machen, weil es halt auf Binance gelauncht ist. Passt da auf jeden Fall auf, da werden sich nämlich in der nahen Zukunft sehr, sehr viele Leute sehr, sehr stark verbrennen. Dann ansonsten, wieso auch dann nochmal dieses ganze Thema ICOs. Wir sehen, selbst jetzt mit dem Marktanstieg, den wir jetzt nochmal hatten, ICOs gehen immer weiter runter von dem, was sie raisen. Also mit einem ICO raced man mittlerweile, ich würde mal behaupten, eigentlich fast gar nichts mehr. Selbst mit einem guten Projekt, einfach aus dem Grund, weil naja, ein ICO, es ist einfach zu, das Wort ICO ist einfach zu sehr belastet, weshalb die IEOs an sich auch einfach nur so eine Umschönung sind eigentlich, was werden die meisten Leute dann auch früher oder später herausfinden, weshalb ich auch glaube, dass IEOs nicht so eine große Zukunft haben werden. Und wir sehen halt, selbst jetzt im Q1 2019 wird nochmal weniger geraced als im Q4 2018. Das heißt, es wird ICOs raisen immer, 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 immer weniger, was zum einen gut ist, was zum anderen vielleicht auch nicht so optimal ist, denn man muss halt wirklich sagen, jetzt sind wir bei einem Punkt, wenn jetzt Projekte rauskommen, sind es zum Teil wirklich sehr, sehr gute Projekte, aber ein ICO jetzt noch zu machen, halte ich persönlich für Quatsch. Wenn dann sollte man jetzt ein STO machen, wo alles gut reguliert ist, wo die Leute halt auch irgendwie wirklich am Firmenumsatz beteiligt sind und so weiter und so fort, dann kann man dann auch viel besser das Risiko beim Investment kalkulieren. Mich wundert das nicht, dass ICOs jetzt immer weiter runter gehen werden. Und wie gesagt, bei IEOs sehe ich diese Entwicklung auch früher oder später, eher früher, muss ich wirklich sagen, einfach aus dem Grund, weil ein IEO einfach nur ein verschönter ICO mehr oder weniger ist. Dann ansonsten eine ganz witzige News, da wollte ich auch noch ganz kurz drauf eingehen. PewDiePie sagt euch jetzt wahrscheinlich oder sagt euch vielleicht was, sagt euch vielleicht nichts. Der größte YouTuber auf YouTube, das heißt derjenige mit den meisten Abonnenten, 94 Millionen Leute haben ihn abonniert, der ist jetzt tatsächlich eine Partnership eingegangen mit einer Blockchain-Livestreaming-Plattform, was ich sehr, sehr interessant finde. Ich wollte dieses Thema nur kurz aufbringen. Punkt 1 ist es natürlich eine sehr positive News. Er bringt extrem, extrem viele Jugendliche, die, sage ich jetzt mal ein paar Jahre Erwachsene sein werden, wo wir dann auch wirklich bei Kryptowährungen an einem Punkt sind, wo alles fundamental stimmt. Er bringt jetzt einfach extrem Millionen von Leuten dazu, sich mit diesem Thema vielleicht sogar ein bisschen zu beschäftigen. Und man muss natürlich auch sagen, warum ich das Ganze ganz kurz aufbringen wollte. Ich wollte euch fragen, ob ihr Bock habt, dass ich ab und zu mal Livestreams mache. Livestreams hier auf diesem Kanal, wo ihr mir dann live Fragen im Chat stellen könnt, die ich live beantworten kann, wo wir live auf die Price Action von Bitcoin zu sprechen kommen, wo ich live vielleicht auch einfach mal so eine technische Analyse mache, wie ich darauf komme, dass wir hier einen Breakout haben werden, was ich gestern gesagt habe und so weiter und so fort. Oder wieso hier überhaupt eine Resistance ist. So ein paar simple Sachen vielleicht, wenn ihr Bock habt, dass ich über solche Sachen einfach mal einen Livestream mache und ihr mir einfach live Fragen stellen könnt, ich vielleicht mir live eure Projekte anschauen kann, die ihr geil findet, wo ich dann live mir einfach Projekte anschaue und euch halt meine Meinung zu diesen Projekten sage und so weiter und so fort. Dann schreibt mir das einfach mal in die Kommentare, lasst mal einen Daumen nach oben da, dann weiß ich da auch Bescheid. Und ich glaube, wir werden in naher Zukunft immer mehr solche Partnerships sehen, wo sehr, sehr große Leute auch in den Medien, vor allen Dingen eben bei so Sachen wie YouTube, Twitch, also einfach so, wo sehr viele junge Leute, sage ich jetzt mal, erreicht werden, glaube ich, werden immer mehr solcher Influencer in Einführungszeichen sich mit dem Thema Kryptowährung oder auch Blockchain auseinandersetzen und immer mehr mit solchen Blockchain-Companies auch Partnern. Einfach aus dem Grund, weil ich war ja früher mal ein relativ großer deutscher YouTuber mit einer halben Million Abonnenten. Das heißt, ich kenne da ja extrem, extrem viele Leute in dem Bereich YouTube und jeder einzelne von denen ist schon seit längerer Zeit in Krypto investiert. Also jeder, ich würde mal sagen, fast jeder deutsche YouTuber, den ihr findet, der ist irgendwie, hat was mit Kryptowährung zu tun und so ist das Ganze, glaube ich auch, oder würde ich mal stark davon ausgehen, auch global und ansonsten würde wahrscheinlich PewDiePie auch gar nicht auf die Idee kommen, zum Beispiel jetzt mit so einer Blockchain-Livestreaming-Plattform zu partnern. Naja Leute, ansonsten, wenn es euch wie mal gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da, vergesst natürlich nicht zu abonnieren und die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button zu aktivieren. Wie gesagt, wir müssen jetzt wirklich hier den Bitcoin-Preis im Auge behalten. Momentan sieht es da noch aus, als würden die 5.000 Dollar halten, wenn die nicht halten sollen. So einen rasanten Anstieg, wie wir hier auf die 5.000 Dollar hatten, so schnell wird es dann höchstwahrscheinlich auch wieder auf die 4.200 Dollar runtergehen, aber momentan sieht noch alles gut aus. Morgen werde ich euch dann wieder eine kleine technische Analyse präsentieren, wie so einen kleinen Forecast, so wie ich das hier auch gemacht habe und dann wisst ihr ganz genau Bescheid, was wir erwarten können. Aber ansonsten lasst ein Abo oder aktiviert die Glocke, schaut wieder morgen vorbei, damit ihr wisst, ob ihr gewonnen habt oder nicht. Sonst würde ich sagen, sehen wir uns, haut rein, euch noch einen schönen Tag, ciao, ciao.